Time to the scary show Du leidst bestimmt OKRAD, oder? Nö, ich hab mir grad... äh... er war halt gerade in Discord und hab... geguckt Ja, ich seh, dass dort sieben Nachrichten sind, aber... Ja, das sind großteils nur die Regeln. Ich geh da jetzt nicht drauf. Ja, das ist halt... Und weil ich Skogel Geburtstag hatte oder haben wird. Hm. Da wird sicher wieder eine Person besonders oft spielen. Nee, es ist halt, äh... Zumindest wie ich es jetzt gerade gelesen hab, ähm... Dass man besondere Screenshots und natürlich... Klicken soll. Also ihr dann... Irgendwie dann erzählen kann. Ja. Na, da wird sich trotzdem eine Person... Ich will jetzt keine Namen haben. Besonders oft spielen. Und keine Ahnung was machen. Vielleicht auch noch raushauen, dass es vielleicht... Das Modpack nach ihm kommt. Weil er es so wollte... Wie andere Projekte. Deswegen hab ich gesagt, ich will keine Namen nennen. Ähm... Ich muss jetzt nach diese... Mit dem Bügel reden. Und... Dann diesen Flug nach... Äh... Gidu... Bei uns... Camp benutzen. Wir müssen, äh... Aufzug holen. Aufzug. Ja. Spielt im... Beluslan... Die Regionsquest durch. Reicht schon. Ich bin... Ich bin bei... Äh... Beluslan. Aber ich hab... Ich hab da nichts gemacht. Ach du bist schon der Trager. Ach du bist schon der Trager. Ich bin bei Beluslan. Ja... Wir sind überall... Das alles hier ist Beluslan. Wir waren jetzt die ganze Zeit bis in Beluslans Festung. Achso. Weil hier ist extra noch so ein Teil Beluslans Fest. Äh... Irgendwas... Bist du noch in dem Gebäude drinnen, wo wir geflogen sind? Mh mh. Ne, dann bist du schon ein ganzes Stück voraus wieder. Ahhhh... Ich bin dann nur, äh... Da nach links, weil ich da oder das... Ach, dort ist das Ding. Ja, das ist das Dorf oder was das Ding. Wohngebiet. Nein! Dann bleib dort. Komm, hochkleid dort. Okay. Achtung, ihr könnt nicht reinfliegen. Müsst am Boden dann. Ja, ja, ich bin sowieso am Boden, weil ich nebenbei kämpfe. Okay. Du hast aber auch schon einiges im Leben verloren. Weil ich kämpfe. Trotzdem kann man kämpfen, ohne Leben zu verlieren. Nee, weil ich auf dem Boden bin. Ich hab's auch geschafft, ohne Leben zu verlieren, zu kämpfen. Ja, du. Ich bin halt verrückt, das weißt du doch. Was? Ich bin halt etwas gestört. Ich geh aufs Ganze, kann man sagen. Was? Aus dem bin ich doch schon wieder fast voll. Oh, meine Hände, echt. Auaah. Ich muss jetzt mal gucken, wieviel XP die ihre Blaukiefer sicher geben. Ja, geht nie wirklich viel. Schade. Oh, was hab ich denn hier? So, der Lehm. Oh, ich hab nen fetten Helm auf. Habt ihr eigentlich schon mal auf die Geräusche von diesem komischen Fieder geachtet? Nein. Das fühlt sich zwar an wie ein Frosch, aber gut. Oh. Jetzt weiß ich glaube, wie man ein Geschenk von ihm bekommt. Wenn du den regelmäßig streichelst, trainierst und bürstest. Geht irgendwann oben, hast du so ne Leiste. Geht die Leiste voll und dann kriegst du wohl das Geschenk von ihm. Äh, ihr könnt euer Mjol zufriedenstellen. Und bei ihm bleibt seine Laune verschlechert. Dass 10 Minuten nicht erneuert oder stattdessen Mjol luft. Oh ja, bis Tyron klar ist, kämpft mich noch ein bisschen. Oh, was macht denn das Tierchen hinter mir? Der kämpft mit. Oh lol. Der ist ja voll aggressiv. Schatz, kämpf mal gegen nen Monster und lass dein Mjol draußen. Der wird voll aggressiv. Das ist ja richtig schlimm. Da kriegst du ja Angst davor. Ne, du musst schon kämpfen. Deiner macht grad gar nichts, der liegt bloß da. Nö, der macht Bauchplatsche auf den. Echt? Meiner macht hinter dem so. Und greift den mit dem Vorderpfoten. Versucht den mit dem Vorderpfoten anzugreifen. Ja, irgendwie. Der, der wackelt mit dem Vorderpfoten und macht den Bauchplatsche drauf. Tatsache. Lol. Na, wie weit bist du? Äh. Okay, noch nicht so weit. Ich bin ja schon Level 40. Ja. Ich geh schon darauf zu Level 15 zurück. Äh. Okay. Haha, ich bin die ganze Zeit am Kämpfen. Ja, ich weiß. Diese Reaktion hat euch etwas lange gedauert. Aber. Jeder fängt mal früher an als kleiner. Was für ein kleiner Pilot. Na, du hast doch bestimmt noch diese Flugquests gemacht. Mensch, was ist denn das hier für ein Viech? Ich versuch das die ganze Zeit zu töten. Und das, das, das stößt mich weg. Okay. Ah, jetzt nicht mehr. Ich wollte das Arschlo. Haha. Hahaha. Was macht mein Vieh, Otter? Hahaha. Geil. Bäääää. Bääää. Schatz, guck mal, was mein Vieh die ganze Zeit macht. Stehen da? Nee, der macht die ganze Zeit... Er macht den Bauchklatscher nach vorne. Goi. Das hat er bei mir vorher auch gemacht. Ich hab mein Vieh nicht mehr. Deins ist in der Erde drin. Da ist es wieder. Guck mal auf dein Tierchen und sag mir, ob du das gleich siehst. Ja. Immer noch? Ja. Bei mir ist es in der Erde verschwunden. Dann kommt es mit seinem dicken Hintern wieder raus aus der Erde. Ja. Ähm. Ähm. Wo bist du? Weiß ich, kannst du selber nicht. Aber auf jeden Fall nicht auf der Karte. Ja? Ja. Äh. Ich meine doch. Ich bin auf der... Egal. Warte. Ich teleportier jetzt noch mal. Nichts nochmal zu dem komischen Bunker da. Und kommen mit euch. Weißt du? Super. Mein lieben Freunde. Ich bin da. Ich bin ja wieder da. Jibikai je. Ich schweine Backe. Geil. So, ich hier bringe. Hup. Dann. Es kommen sie mit, junge Frau. Ach so, hier kommst du ja nicht rein. Da ist er. Ich denke, wir müssen hier irgendwas machen. Spät in... Willus eher noch was. Oh, ein offenstehendes Haus. Das gehört jetzt mir. Äh, LUL. Alter, das ist voll die geile Bar hier. Alter, da sieht das geil aus. Hier ist ein Auktionshaus. Äh, nee, da geh ich wieder raus. Ich will nicht kaufen oder verkaufen. Ich will was kaufen. Es gibt doch irgendwas billiges. Das ist wie das anhört, irgendwas billiges. So wie du rumrennst, müsstest du billig genug sein. Ey. Ey. Ja. Und zwar aus wie ein Chinese, aber... Willkommen zuhause. Ich fürchte, wenn wir noch einen Friseur haben. Ich werde euch vermissen. Friseur... Äh, nee, warte mal. Ich glaube, das ist ein anderer, oder? Äh, hier gibt's aber gar nichts. Hm. Warum sind wir hier nochmal hergekommen? Weil Schatz hier das voll... Oh, Leute, da sieht's ja. Das ist ja geil. Spielt in Beluslan die Regionsquest. Wir sind im Nordwestwohngebiet von Beluslan. Ihr könnt diese Quest annehmen, indem ihr... Indem ihr mit dem blau markierten M... ...den Ort, an dem die Quest ausgibt, seht ihr... ...M, beziehungsweise... ...auf der transportierten... ...transparenten Weltkarte N. Das sind die Regionsquests. Beluslands Höhle... ...Beluslands Südwohngebiet... Es sind diese Quests, die wir vorher ganz Zeit gemacht haben. Na, warte mal. Belusland Festung... ...Nordwestgebiet... Höhle... ...Höhle... 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 ...Nee, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ihr meint... Ich auch nicht, ich... ...bin grad ein bisschen überfragt... ...Höhle... ...Also, diese Regionsquests... ...sind die... ...Quests... ...die wir vorher die ganze Zeit gemacht haben, die... ...die blauen... ...zie... ...Höhle... ...Naja, aber... ...Beluslands die Regionsquests... ...die müssen wir jetzt durchspielen... ...Ahm, wo sind die? Ne, die haben wir ja schon, äh... ...erfüllt... ...Also, bei mir steht da nichts mehr... ...Äh, deswegen ja... ...Bei mir steht ja, äh... ...Äh... ...Nutze deinen Flugtransport zu Kindurens Lager... ...Ich bin jetzt auf dem Weg zu diesem Lager... ...ich hab jetzt neben... ...Hast du noch irgendwas niedlich gehabt? Nö, ich hab die Quest grad auf eine... ...Questbeschreibung... ...Da steht Nutze einen Flugtransport zu Kindurens Lager... ...Ich flieg da jetzt aber mit meinen Flügeln hin... ...Auf zu... ...Ja... ...Auf zu... Auf zu Kindurus, ins Lager spielt im... Ja, da hat man jetzt nicht gehängt. Eines sah gerade übelst aus, als würdest du gar nicht hängen. Ach da, nutzt den Flugtransport im... Da ging's auch nicht weiter. Ich schluf jetzt die Ebene hier einfach lang. Ach, Augelein. Au. Was ist denn los? Ich probiere. Ditto! Oh, guck mal, da ist ein Gnari oder was auch immer. Oh, cool, der ist das Screwed oder wie hieß der? Ja, irgendwie so. Er ist verkürzt. Er hat nicht gedroppt. Jetzt ist er scheiße. Verblasstes Ding auf den Xbox-Fragment. Wieso kann ich hier nicht fliegen? Ist doch fies. Weil es, wie gesagt, nur in manchen Sachen erlaubt. Ich bin ja mitten auf der Ebene. Also, ich werd doch hier wohl fliegen. Du schwarzes Knorren-Dings. Ach du Scheiße, was ist das denn? Die Hälfte der Viecher greift mich nicht mal an, das ist gut. Ach du, dann lädt's wahrscheinlich noch auf. Das kann auch gut sein. Amethyst-Dingsbums. Den bekämpfe ich jetzt mal. Das dürfte eigentlich gleich bei dir sein. Ach du bist schon... Was denn? Und auf einmal wirst du mir ewig werden werden angezeigt. Ja! Na, ich bin schon hinter der Brücke, wo du jetzt drauf gehst. Bestimmt. Und Tyros... Du wurdest mir halt genau an dem Punkt angezeigt. Deswegen. Ach so. Ich hab irgendwas bekommen. Yay. Äh, das ist aber schwer. Warte mal, ich bin falsch gerannt. Hä? Wir müssen zu können, noch was lagern. Ja, ich weiß, aber... Du bist schon... Wir müssen einfach da geradeaus weiter. 2 Wege lang. Da langs. Da langs. Äh... Irgendwie nicht möglich. Tatsächlich. Ich kann hier auch nicht fliegen. Oh Leute, was kommen hier für Viecher? Na, na, na. Eisschwanz-Kiros. Was? Der gibt nicht mal was, der Arsch. Oh, Glaskräselwurm. Ach du Scheiße, was sind das für Namen? Sag mich nicht. Auch da oben ist das Lager. Äh, ich hab da auch diesen Glaskräselwurm. Hm, ich muss nur noch den Weg da zum Lager hoch finden. Äh, ich hab einen Vampir gefunden. Vampr. Yay. Ich glaube, das sind andere Spieler. Töte ihn! Fordere ihn heraus! Ja, das sind andere Spieler, aber die können hier fliegen. Ja, konnte die eine in der Stadt auch. Die hatte ganz komische, weiße, transparente Fliege. Äh, bin ich hier richtig? Ach, dort. Ach ja, komm, dann kämpfe ich halt gegen mich. So, da bist du dauernd. So, da bist du dauernd. supre. Nu ist das dauernd. Ich konnte dich nicht nicht überleben. Aber in der Stadt auch nicht... Ist doch egal.